7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Ich habe für euch einen Rückblick Es ist einfach wieder in meine Hand gekommen, warum aber Der Rückblick zeige ich euch, was dieses Jahr alles auf meinem Kanal passiert ist Und ja Da war mal eins über meinen Kopf Und ich sitze erstmal hier weiter und genieße erstmal das Leben Und viel Spaß mit dem Rückblick Tschüss Hi meine Freunde, schön, dass ihr eingeschaltet habt Willkommen, freut mich, dass du eingeschaltet hast Schön, dass ihr hier seid Hi, schön, dass ihr eingeschaltet habt Captain Jack Sparrow Zielstrebig, abenteuerlustig, kühn Wird er in der Wildnis seine Geschicklichkeit beweisen Oder wird er ins Fettnäpfchen drehen Ich melde mich gleich Hi meine Freunde, heute mache ich eine Challenge von Sascha Huber 1000 Klimmzüge in einer Stunde 100 Kilometer wandern in 24 Stunden Den ganzen Teutoburger Wald Richtung Bielefeld Kommt mit Immer ein bisschen schwimmen Braucht es aber meine ganzen Waden Mit den Füßen abkühlen, vielleicht tut das gut Außer Alter, als ob du irgendwie so ein Rockstar bist, der gleich geschauert Alter, weil man so viel Power hat Bleibt dran, ich gehe weiter Geil Ich würde sagen, unsere Reise geht los Prost, auf die Reise Und auf die Freundschaft, Mann Ja Mann, auf die Freundschaft Wie viele habe ich schon? Neun Neun Stück Oh, was passiert? Was passiert mit dir? Wow Also er wirkt ja schon sehr schnell Freunde Schaut mal, was wir gefunden haben Eierpfleume Wunderschöne Frucht haben wir hier gefunden Kamera, stell dich mal bitte ein für die Zuschauer Danke Das sind wilde Heidelbeeren Es ist einfach so unglaublich Ich habe das noch nie gefunden im Wald Das ist so schön Die schmecken auch so lecker Und hier wieder eine Futterstelle Eine sehr schöne Pflanze Nennt sich Giersch Ist sehr gesund Schaut mal Da kann man doch schon gut satt werden Man findet ja doch sehr viel im Wald Und sagt euch mal Wie viel spitzwierig Blätter man pflücken muss Dass man eine Badewanne voll kriegen muss Und das ist mein Maß Heute in Minecraft Ist nicht schon glaube ich ein Creeper da hinten und ein Zombie Schnell ZOMBIEKOPF 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 3.000 Blätter 3.300 So der letzte Pott 4.500 Spitzwierig Blätter Einer Badewanne Was man alles für seine Haut tut Freddy Michaels Horse Adventure Wenn du runterfällst gibt es Minuspunkte Gibt es erstmal ordentlich Minuspunkte für mein Leben Heute habe ich vor mit euch eine Minitation zu machen Ich dachte der macht so gut Ich mache ein Video rein Achtung, Warnung, es wird laut Entgiftung, entgiftung, handreimt, investern Fieber senkt, fördert die Wohnteilung Bildstress entgegen, fördert die Gedächtnisleistung Wirkt antimikotisch Gegen Pilzentstehung Ja Eine Pflanze, wohl bedacht Mal gucken wie es gleich wirkt Oh warte mal Ich muss mich auch da reinfallen lassen Wie Obelix Aber diese Vorstellung Dass es richtig gut für die Haut ist Alter Michi, das ist fucking heiß Alter, wie schafft ihr denn 846 Stück Ich kann ja jetzt schon nicht mehr Höhen und Tiefen Ey, es ist vieles passiert 19,9 Kilometer Stellt euch vor Ihr seid bei so einer Tagestour Wandert ein bisschen rum Und ihr kommt nicht mehr nach Hause Weil die Zeit läuft einfach ab Ihr müsst jetzt irgendwie draußen Übernachten Und ich zeige euch Wie man das macht Und danke, dass du wieder mitmachst Ohne die Kamerafrau Würde das gar nicht nützlich sein, das aufzunehmen Und wie heißt dein Haus? Haus? Mh Boah, wie mein Haus heißt Alm Alm? Alm, das ist meine Alm Okay Bisschen einschnitten Aber So und jetzt Spring ich von hier unten Zum Löwen Und mach ihn fertig Let's do it Das motiviert doch, dass er ganz oben ist Das ist kein Aufwärmbaum Perfekt Ich mach gerade eine Aufnahme Ja, die wird so Wird sie besser Perfekt Äh, so rum Am besten Ja, genau so Waagerecht Gut Ist das Video? Das ist Video, ja Oh jo Ja So Dann ist das so ein klarer Fall Da muss man doch den Walchensee drauf haben Okay, so geht's auch Dankeschön 41 41 Ich bin sogar Schöpft von den anderen Bäumen Jetzt nicht abrutschen Alter Ich bin jetzt hier Ich stehe hier gerade und ruhe mich kurz aus Alter, ist der hoch Mit den Beinen Spann Ja Zieh dich jetzt hoch 45 Grad Fuck, Alter, scheiße Du hast noch nicht den Boden berührt Komm Der Ast Der Ast ist abgebrochen Ja Das zu machen schon mit den Händen Ich hab diesen Tau Ich spür den nicht mehr Ich weiß nicht, ich bin nicht Einwickeln Gibt es halt wirklich keine Reibung Mit Fuß und Socke Wir haben jetzt 0.14 Schlafen jetzt erstmal eineinhalb Stunden Dann geht's weiter Wir haben unsere 40 Kilometer geschafft Michals Schlafsack war Poncho Ich hab gesagt, ich wandere so lange Das ich nicht mehr kann Aber ich glaube, ich bin wirklich gerade an diesem Punkt angekommen Ich kann nicht mehr Ich hab seit über zwei Stunden Unglaubliche Schmerzen Es macht einfach keinen Spaß mehr Es ist unglaublich schwierig Es ist Respekt an jeden Menschen, der das schafft Ich glaub's nicht Einmal hochkommen Okay Aber nochmal die Aufnahmen von hier oben zu machen Für euch Verdammt man braucht man auch sauer dafür Meine Damen und Herren Hier sehen Sie eine Wohlfühl-Oase Und jetzt gucken wir nochmal die Rände hier schon drauf So werde ich dann schlafen Voll geil Ist schon voll dunkel Wir haben einen Mann verloren Andi Das geht einfach nicht mehr Aber bei uns geht's weiter Danke Andi, dass du mitgemacht hast Hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht Ich hab mir wirklich die beste Mühe gegeben Die ich wirklich konnte Das schaffe ich Mit einer Hand mehr als so Ja, sag Bescheid, wenn es erfolgreicher wird Ja, schon wie gesagt Zwei Uhr nachts haben wir jetzt Okay, ich geh da rüber Was? Er fängt so als Regen Zwei Uhr Check Zwei Uhr Zwei Uhr Zwei Uhr Das ist warm, der da sieht so schön aus Vielen Dank Ja, gleich warm Parzit Wie geht's uns dabei Andi? Perfekt Uns geht's gut 24 Stunden Ist Neujahr Ich wünsche euch alle Ein schönes Fest Und abonniert nicht vergessen Ist wirklich lecker Schön, dass ihr zugeguckt habt Schreibt in den Kommentaren Ob ihr auch schon mal So was Verrücktes gemacht habt Habt euch lieb Tschüssi Ja Bis nächstes Mal Das ist das Projekt Schön, dass ihr das Video Zu Ende angeguckt habt Es war geil Die Muskeln tun immer noch weh Ja, ey Vergiss nicht zu abonnieren Teilt das Video Hat Spaß gemacht Ey, bis nächstes Mal Habt euch lieb Bleibt gesund Ciao Intuitionvertrauen Wir haben kein Geld für Special Effects Bis nächstes Mal